Hey Leute und willkommen zum 31. Part von Minecraft. Und, ähm, ah fuck, ich wollte irgendwas sagen. Ach ja, eigentlich war es nicht geplant gerade Minecraft aufzunehmen. Äh, leck, 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 okay, jetzt geht's wieder. Ähm, denn ich wurde gefragt, ob ich auch Sims weitermachen kann. Da dachte ich mir, ja klar, kein Problem. Äh, starte ich mal, was habe ich jetzt für Frames-Einbrüche? Was soll denn das? Äh, klar kann ich machen, ne, startest du Sims. Und, da ich ja lange inaktiv war, waren, sind auch meine ganzen Spiele nicht geupdatet. Das heißt, bei Sims fehlt mir Januar und Februar Update. Dezember, ich weiß nicht, ob ich Dezember da schon hatte. Weil ich weiß, ich hab's im November gezockt, das letzte Mal. Und ob ich da schon Dezember hatte, das weiß ich nicht. Also, entweder drei oder zwei ganze Updates fehlen und Origin an sich muss auch noch geupdatet werden. Und mit meinem Kartoffel-Internet hat's einfach mal so, ne, ich brauch jetzt mal ne Zeit. Und da dachte ich mir, ja, es ist zu lang das Lied, kann ich ja schon mal was anderes zocken. Und da ich eigentlich nicht viele Projekte habe, ne, ich hab keine Hacke, äh, da ich nicht viele Projekte habe, hab ich einfach nur Minecraft genommen. Weil hier kann man am besten reden und Zeug machen. Und ich will mal, dass meine Welt fertig wird. Hey, das ganze Sand ist weg. Ich hab echt alles verbraucht. Gross. Und irgendwie die Steuerung ist grad voll schwammig. Und es hat irgendwie voll die komischen Frames-Einbrüche. Ich hab auch nur 30 Frames. Die Sekunde. Hm. Irgendwas ist schief hier. Es ist nicht so, wie es sein soll hier. Ey, Licht. Ey, da ist Gravel. Ne, dann tun wir da wieder, äh, dreck hin. So, dann, dann sagen wir mal, wir gehen wieder an, so, vielleicht, äh, scheiße, ist ja dunkel. Und, ähm, ey, mich regen grad die Frames-Einbrüche aufhört. Ich guck mal, was ich so nebenbei aufhabe. Ein Livestream. Alles klar. Ich hab grad Rocket Beans, gar nicht gewusst. Ach, ich tue hier grad auch noch Rendern. Ja, 30 Frames blieben. Ich hab einfach mal nebenbei ein Livestream geguckt. Oh, Tommy Villager. Villager. Das war eigentlich voll gut, den einzusperren, weil von denen seh ich voll selten welche. Namedag oder irgendwie sowas. Kann man doch an denen locker dran machen. Oh, die Frames. Hab ich noch? Ach ja. Alter, ich lad grad was runter. Bei mir wird grad was aktualisiert. Ich rendere nebenbei und hab noch einen Livestream geguckt. Ja, kein Wundereis. Danke, Origin. Danke. Origin. Kannst du mal aufhören? Ich find's langsam nicht mehr lustig. So. Ja, toll. Das Rennen dauert noch. Eine halbe Stunde. Und Origin. Was macht Origin grad so? Keine Rückmeldung. Das ist doch toll. Origin. Hallo. Okay, immerhin hab ich die 30 Frames wieder. Also die Frage stellt sich umbringen oder einsperren? Kann ich den Typen irgendwo einsperren? Ich weiß ja nicht, wer da... Komm mal hier rein. Nein. Nein. Ich will das doch nur zu haben. So. Jetzt geh ich nochmal hier hoch. So, so. Okay. Äh, jetzt guck ich mal schnell, wie man... Ich weiß nicht, wie man sich ein Name-Tag macht. Internet. Chrome. Internet Chrome? Ich hab das Internet Explorer und Chrome kombiniert. Also gut. Name-Tag. Dazu... Was brauchen wir dazu? Dazu braucht man doch Schnüre. Wäre mein Internet jetzt nicht so lappig, dann... Hallo. Ey. Gerade ist mein PC überfordert. Aber ich hab die... 25 Frames jetzt. Toll. Gerade ist es dann also 30. Ja, ich meine 40. Oh, Origin sagt auch jetzt wieder mal Hallo. Ey, ich kann die Folge irgendwas wegen... Keine Ahnung. PC, voll überlastet. Also. Name-Tag. Minekraft. Jo, was haben wir denn hier? Name-Tag. Besteht... Oh, toll. Wieder 20 verschiedene... Ey, bis ich jedes durchgegangen bin. Äh, das besteht als Kälte Maus. Sechs Diamanten. Das da oben besteht aus Flint. Das da besteht aus Holz. Welchen darf ich jetzt vertrauen? Na, da besteht eins aus Slime-Balls. Ich glaub, das ist das. Ja. Wie machen wir das jetzt? Slime-Balls hab ich noch nicht. Papier hab ich, zwei Leder hab ich und ne Schnur hab ich. Slime-Balls hab ich sicherlich nicht. Oder? Also gut. Äh, Origin... Pausiert in Warteschlange. Ne, du sollst das jetzt... Datet ist doch ab. Mann. Jetzt aktualisieren. Ich will es jetzt aktualisiert haben. Da ist Ding-Do. Origin. Wird aktualisiert. Zuletzt gespielt November. Okay, das heißt drei Updates. Drei Updates fehlen mir. Das heißt, Sims werde ich heute nicht mehr aufnehmen. Weil es ist ja auch schon relativ spät bei mir, ne? Gut. Der wird sich wahrscheinlich dann verpissen. Der, äh, Zombie-Villager. Weil ich sicherlich... ...nur wieder scheißig 30 Frames hab. Fick dir. Sorry, dass ich es so ausdecke. Ah, 45. Ja, wieder 30. So, äh... ...de, de, 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 de. Slimeball haben wir natürlich nicht. Gut, das heißt den... ...de... Ne, okay, wir können zu dem Tschüss sagen. Wir haben keinen Slimeball. Es ist so schade. Gut, dann mach ich aus der Folge... Wie lange nehm ich schon auf? Ja, lang genug. Fuck, ich hab in der Folge nichts gemacht. So. Aber wenn ich fix bin, kann ich die am Wochenende hochladen, weil ich muss an der... Äh, äh, an der Wochenende. Ich muss am Wochenende arbeiten. Von daher kann ich es ruhig... Äh... Oh, der brennt, ja. So. Da kann ich ruhig am Wochenende äh, den ganzen Tag hochladen, ohne mein Computer zu verwenden. Weil meistens, wenn ich hochlade, äh, will ich... bin ich auch am PC und da kann ich keine Livestreams mehr gucken, kann ich kaum Videos gucken, weil die dann ewig zum Laden brauchen. Haben wir nicht mal einen ganzen Scheiß hier mit? Egal. Ich will nur Slimeballs. Ähm, ich muss ne... Ah, fuck. Hab ich das hier auf der Welt? Hab ich schon mal ein... Doch, ich müsste... Soweit ich mich entsinne, war doch da hinten irgendwo... ein... Sumpf. Ja. Ja, ja, so ist das also. Okay, jetzt hab ich ne Fahnenfällung, was ich davor gesagt habe. Ähm, ach ja, während ich arbeite, auf der Arbeit bin, kann ich ja hochladen, von daher, ich mach jetzt mal einen 20-Minuten-Part. Oh, ne Hässe. Fick dich, 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 Schon wieder nix gedroppt. Warum droppen die nix? Müssen die mich erstmal attackieren, bis sie was droppen. Aber die hat was in die Hand genommen. Das ist schon mal ein Fortschritt. Warum spawnen hier Hexen? Oh, da hat es sich wehgetan. Und die 30 Frames... 30. Die 30 Frames nerven mich. Aber ich glaube, auf YouTube ist sie automatisch auf 30. Ich kann es zwar auf 60 Stellen, aber... Das dauert ja noch länger. Alter, wann laufe ich denn? Oh! Das habe ich jetzt nicht erwertet. Warte, was ist das? Das ist schlussgesagt. Minecraft ist abgestürzt. Ey, schlussig. Hat echt voll hier alles und jeder ab. Mein Internet kackt ab. Mein Rändern nebenbei ist ja voll für den Arsch gerade. Ah, Minecraft will sie nicht mehr starten. Bam. Hallo, der Launcher. Der Launcher geht jetzt am Anfang ja auch nicht mehr. Origin sagt die ganze Zeit, nee, mich gibt es nicht. Ich bin nicht hier. Guck woanders hin, ey. Hallo, Minecraft. Will die Minecraft nicht mehr starten? Ich will nicht mehr. Ich werde auch nur aufnehmen. Oh Gott. Ich freue mich, wenn ich alles ungebaut habe. Das war ich mal ein bisschen nach der Gleiche. Und da werde ich Konsolen aufnehmen. Und da wird es um einigermaßen, äh, um einiges schwieriger. So. Das führe ich wieder mit meinen süßen 30 Frames. Abgestürzt. Würdest du mich halt völlig verarschen, völlig? Würdest du mich halt völlig verarschen? Wenn es jetzt nicht gleich geht, dann, dann muss ich leider Schluss sein, weil das würde ja echt einfach gar nicht gehen. Okay, das ist doch 14%. Also, jetzt noch einmal. Startet die Internetkraft. Bitte. Ich habe bitte gesagt. Okay? Okay. Hey, ich starte das nicht mehr. Ich bin der Launcher. Alles verschuldet. Startet die Launcher nochmal neu. Ich drücke auf Play und sonst schließt sich, aber es öffnet sich keine Minecraft mehr. Ich bin einfach weg. So, der Launcher ist wieder da. Hallo Launcher. Lass mich spielen. Nein, abbrechen. Lass mich spielen. Ich drücke jetzt auf Play. Und, müssen wir noch? Jetzt haben wir zwei Launcher. Hä? Hä? Okay. Einen hat er weggemacht. Der andere startet jetzt Minecraft. Und? Ja, Minecraft startet sich. Das bisschen Mocking-Logos steht jetzt hier. Und jeden Moment sollte Minecraft auftauchen. Ey, die Folge ist ja mehr geredet als gespielt, weil einfach nur alles failed. Was habe ich bitte in dem Ding gemacht? Ich habe nichts gemacht. Ich habe so ein bisschen wiedergefunden, nebeneinander gegoogelt und bin losgelaufen. Das war's. Das war mir ganz ehrlich. Ich habe mich am besten gemacht. Ich habe mich am besten gemacht. Keine Rhythmaltung. Das klingt doch mal schön. Ach, danke. So. Noch ein Versuch. Wir gehen auf Singleplayer. Gehen auf Sissy. Warum habe ich die fucking Welt Sissy genannt? Warum habe ich die scheiß Welt Sissy genannt? Okay. Wir sind in-Game. Wieder 30... Oh. Ah. Die Hexe ist immer noch da. Also, wir sind wahrscheinlich davor, wenn gespawnt. Fick dich, 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 fick dich. Sie hat was gedroppt. Glaubst du an das? Alles klar. Gut zu wissen. Brauche ich nicht. Okay. Okay. Anscheinend, die automatische Speicherung war da hinten noch aktiv und es ist dann abgebrochen. Das heißt, es hat nicht gespeichert, wo ich weitergelaufen bin. Oh, hier ist das. Hey, brauche ich aber nicht. Ich brauche nur einen Sumpf. Einen Sumpf. Ich brauche einen Sumpf, ey. Das sind Berge. Fuck, ich brauche einen Sumpf. Ich habe eine Kuh gehört. Wow, wow, wow. Fick dich, fick dich. So, haben Leder mehr. Leder ist gut. Leder ist gut. Ist gut. Ähm, ja. Ich bezweifle jetzt mal ganz stark. Da hinten ist wieder Schnee. Dass wir jetzt auf die schnellen Sumpf finden. Tja, und mit... Oh, ich habe... Ich werde fast reingesprungen. Besonders mit den 30 süßen Frames ist für mich einfach nur eine Qual zu zocken. Oh, es hat fertig gerendert. Und jetzt haben wir die 60 Frames. Geil. Oh, 60 Frames. So angenehm. Okay. Es hat fertig gerendert. Halleluja. Halleluja. So, schließen wir erst mal den Encoder. Und... haben 40 Frames. Ah, ne, jetzt wieder 60. Oh, wieder flüssig. Es... Oh, ich habe Hunger. Es läuft wieder flüssig. Ja, guck. Cooked Steak. Hier war wohl ein Haus auch geil. So Sonnenblumen. Die nehme ich mir mit. Die Sonnenblumen nehme ich mir mit. Ich habe voll Bock drauf, mir ein schönes Haus zu machen. Hä? Seit wann gibt es großes Gras? Das kenne ich nicht. Okay, ich bin auch nicht so aktiv. Hä, 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 hä. So. Ich wollte es gerade sagen. Hier sollten doch in der Nähe Pferde sein. Warte mal. In der Richtung soll ich mein Haus liegen. Bitte? Habt ihr gerade ernsthaft Liebe gemacht? Weg mit dir. Nein. Nein. Das, 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 das... Du darfst nicht. Bei mir schauen Kinder zu. Du auch nicht. Hört auf, Liebe zu machen. Und das schaff erst recht nicht. Nicht Liebe machen. Äh. Wo willst du hin? Wo willst du hin, hä? Sag's mir. Nicht Liebe machen, hä? Hä. Idiot. Aha. Da fuhren wir jemand an sich selber rum. Nein, auch nicht. Ich bin der Liebe machen, Keller. Aber hier ein Haus wäre voll geil in so einer Steppe. Also, so mitten hier so ein schönes Hütchen. Aber, ich gehe mal weiter. Und suche immer noch nach... Ach, Hühner. So was gibt es ja auch noch. Lange nicht mehr gesehen. So, das Eier nehme ich natürlich mit. Noch mehr Blumen. Irgendwie habe ich jetzt voll Bock Blumen zu sammeln. Oh, noch mehr Blumen. Seit wann gibt es große Rosen und kleine Rosen? Egal. So, kriegt man aus beiden Rot. Rot. Und Rot. Stimmt, man kriegt aus beiden Rot. Ja, irgendwie unnötig. So. Mh. Da hinten ist Sand. Natürlich war es ja auch. Da ist ein Berg, da ist Lava. Ja. Ey. Die Bomben sind rum wie die Garnickel. Das sind ja auch welche. Aha. So, noch mehr Steppe. So, Steppen habe ich kein... Boah. Achso, ich dachte, das geht ja plötzlich voll tief runter. Aus dem Dispidee. Aber nee, da braucht ja nichts. Da ist ein dunkler Wald wieder. So, die Blumen nehmen wir mal mit. Ich bin jetzt mal blumenfreundlich. So. Und Kürbisse. Wir haben... Aber wir haben doch eh noch Kürbiszamen. Zamen. Wir haben Kürbiszamen. So. Die Blumen nehmen wir mit. Das ist aber kein großer Wald. Was ist denn das bitte? So eine leicht andere Farbe. Ui. Ein perfektes 4x4-Loch. Was soll denn das? Das ist aber nicht naturgetreu. So, das geht doch gar nicht. So, warte mal. Wo ist denn jetzt... Ey, die Garnickel sind echt überall. Sollte ich die mal erstmal ausrotten, will. Weil sonst... Sonst gibt's mehr Karnickel als Menschen auf Erden. Okay, ich bin ja auch der Einzige auf dieser Insel. Okay, da hinten ist... So ein Wald. Leider kein Sumpf. Ich brauch ein Sumpf. Ein Äffchen und ein Pferd. Ich bin mir echt einfach gar nicht sicher, ob ich vielleicht irgendwo in der Nähe doch einen Sumpf gefunden habe. Weil es kommt mir so vor, als ob ich irgendwo einen Sumpf gefunden habe. Aber ich weiß es einfach nicht. Weil mein Gedächtnis ist so kaputt. Aber egal, ich glaube, hier werde ich nicht mehr so oft sein. Deswegen klaue ich mir mal... ...der Sand. Danke, Herr Schöhn. Vielen Dank. Für den Sand. Vielen Dank. Und wer lebt von Dich. Danke. Ey. Danke, habe ich gesagt. Vielen Dank. Für Diplomen. Vielen Dank. Ich danke dir. Und wenn es einmal Streit gibt... Ich kenne den Text eigentlich gar nicht. Den Anfang kennt, glaube ich, jeder. Also, ich weiß ja nicht. Vielleicht die Jugend von heute nicht mehr. Aber ich meine, in meiner Kindheit habe ich immer Tom und Jerry geguckt. Und, und, und das russische. Das war auch voll geil. Aber wenn ich mir jetzt so anschaue, dann denke ich mir... Boah, ist das brutal. Boah, ist das brutal gewesen. So, mit so... Äh, Wolf... Der Nasen umbringen will, voll der krasse Alkoholiker ist und Kettenraucher und hat immer... Warte mal, hat er denn nicht auch oft Bitches bei sich gehabt? Oder... Verdrehe ich da jetzt irgendwas in meiner Erinnerung? So. So. Erstmal ein wenig Sand geklaut. Und jetzt gehen wir wieder nach Hause. Wenn ich weiß, wenn ich weiß, wohin es geht. Also, ich denke in die Richtung... In die Richtung. Nehme ich mal mein Schwert und renne einfach mal in die Richtung. Warte mal. Ja, ja, ja. Das muss richtig sein. Hier ist das Loch, wo ich mich irrtümlich irgendwie vertan habe. Stimmt, da sind die Berge. Das heißt, ich muss einfach nur in die Richtung laufen. Hoffe ich einfach mal. Blumen kann ich ja immer noch mitnehmen. Blumen sind toll. Ich bin ein Flower-Power-Kind. So. Ey, ihr könnt nicht Liebe machen. Ihr passt nicht zusammen. Wie viele Eier habe ich? Ich habe schon ganze zwei Eier. Also, ja. Ich bin ein Kerl, also habe ich schon automatisch zwei Eier. Hihi, 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 lustig, lustig. Aha. Das war so toll. Bitte nochmal so ein Witz, Victor. Aha. Wie lustig. Ich kriege mich nicht mehr ein. Ah. Wie will ich verlaufen mich hier? Schweinchen? Ein Schwein. Das schaut aber nicht so schön aus. Das ist nicht so toll gemacht. So, jetzt bin ich irgendwie... Eine Küche stört, oder was? Ahne, da ist mein Berg. Warte mal. Dann sind wir ganz in der Nähe. Hups. Von da sind wir auch, glaube ich, irgendwann mal gekommen. So, ganz vor... Oh, neue Blumen. Glaub ich ja noch nicht. Eine Lilac. Eine Lilac? Die heißen echt Lilac. Lilac, was auch immer. Wahrscheinlich Lilien. Also im Deutschen Lilien. Lilien. Ja, Lilac, sag ich doch. Ja, ich weiß. So, ein paar Blumen mitgenommen. Warum denn nicht? Hä, sind wir nicht da gelaufen? Oder sind wir von dort gekommen? Komisch, komisch. So, der Fritz steht immer noch bei uns. Aber das finde ich cool, dass er nicht despawned ist. Ah, fuck. Dann hätten wir vielleicht... Ah, ne, warte mal. Mobs. Also die bösen Mobs, die... Die spawnen, glaube ich. Aber die... Freundlichen sollten eigentlich da bleiben. Also es wird halt vieles erklären. Ach, fuck mal. Äh. Warte mal. Nicht fuck mal. Jo. Ich bin ja kein Kanäckel. Hahaha. Wieder so lustig, Victor. Du bist der beste Komödiant. So. Ui, wir haben schon... Ich kann ja nicht rennen. Ram, 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 ram. Okay, wir haben dann die 20 Minuten. Und erreicht haben wir, äh, wie ich dachte, nichts. Warte mal, Sam, kommt denn da rein. Son, 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 son. Gravel. Okay, das war 1A. Die Folge. Eigentlich ja nicht. Das war scheiße. Schrechendreck. Aber jetzt, jetzt habe ich 90 Frames. Einfach mal das Dreifache. Okay. Oh, erstmal kratzen. Ähm, Sims, das sollte dann auch bald fertig sein. Das, äh, vielleicht nehme ich es doch noch heute auf. Wer weiß. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao. I am Akilis. I am Akilis.